Herzlich Willkommen zurück liebe Freunde der gepflegten Lego Unterhaltung und nach der letzten Folge Lego Dimensions Ghostbusters in neuer Story. Fehlt jetzt der Wagen noch. So ist es. Sonst bleiben die Einsätze ungelöst. New York ist schließlich nicht klein und zu Fuß lässt sich das schwer verletzigen, wenn es überhaupt in New York spielt. Aber wenn es nach dem Film geht. Nach dem Film, ja. So. Und so. Wir sind anleitungstechnisch wieder umgeswitcht auf das Pad. Weil es ja nicht anders möglich ist. Ich mach das schon. Man wird gezwungen. Wobei Lego ja betont, man kann es ja auch ausdrucken. Ja finde ich aber. Papierverschwendung. Wir denken an die Umwelt. Digital ist irgendwann begrenzt, aber Papier haben wir doch zu genügeln. Ist das das Gute? Ja. So hellläutend. Hast recht. Achso. Das wird jetzt der Ecto. Die Größe der Autos ist schon niedlich muss man sagen. Die sind echt süße. Hat man bei Batman ja schon. Das ist ganz witzig gemacht. Da geht schon wieder einen Tag ab. Habe ich das falsch gemacht? Ne, da geht nur ein Teil ab. Achso. Ah ok. Zu viel Kraft aufgewendet. Musst du sagen, wenn was nicht richtig ist. Ne, alles gut. Ich geb mir ja auch noch Mühe. Kannst du nicht. Ich bin schon dran. Bist du schon dran? Oh, super. Ich bin dran. Ich stehe ran. Wenn das mal immer so wäre. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass ich jetzt einen dummen Spruch sehe. In dem Moment, wo ich sagte, habe ich es schon bereut. Ich glaube das nicht. Bist du ja nicht so vorschwägig? Nein. Alles Abwehrtechnik. Ähm. Falsch rum. Achso, die kommen nach unten. Okay. Ja, alles klar. Korrigierst du? Ja. Ja, gut. Schon dabei. Ja, ja. Ich gehe ja nicht mehr so ran. Ist gut. Alles, alles gut. Habe ich bald gesagt, ich mache schon mal die Reife fertig. Aber die sind hier schon fertig. Die sind fertig, ja. Die sind fertig. Da sind sie schon. Gut, gut. Hä? Hä? Was ist los? Du bist zu schnell. So. Ja, das ist doch richtig. Ja, das war nur so komisch aus. Verzulassen wegen, ja. Siehst du? Ich wusste das. Siehst du? Ist doch gut. Was hast du? Sprich mal klar, Herr Hengst. Da. Ja, 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 ja. So, und dann kommen die leuchtenden. Das ist echt cool, dass da so ein Chip drin ist. Ja, irgendwie müssen sie es ja auseinanderhalten. Also, die Konsole jetzt in dem Fall. Muss es ja irgendwie auseinanderhalten können. Ja, gut. Finde ich auch, dass diese Packs halt für jeder, was hatten wir ja schon mal erwähnt. Ja. Für jede Konsole ist. Nicht exklusiv für irgendeine Box. Das wäre auch ein bisschen strange, ja. Ja. Wäre auch von der Produktion auch schwierig, glaube ich. Für die Xbox gibt es dann die Halo-Box. Oder das Halo-Level. Was hat Playstation ein Exklusiv? Weiß ich gar nicht. Wie? Wirst du lachen. Was ist Playstation Exklusiv? Ja. Wenn du es wirst, schreibst du mal in die Kommentare. Genau, wir wissen es nicht. Ich weiß nur, Xbox, also Microsoft hat sein Halo. Genau, richtig. Aber was hat Playstation Exklusiv? Der ist verkehrt drauf. Alles gut. Weiß ich gerade gar nicht. Aber jetzt kommen die ganzen Hater-Kommentare. Wie kann man das nicht wissen? Playstation ist super. Scheiß Xbox. Ja. Jeder hat zu sagen. Jeder hat zu sagen. Ich fand die Xbox 360 damals halt günstiger in der Anschaffung. Und die Spiele, die ich spielen wollte, gab es eben für beide. Da war die Wahl eben so gelaufen, dass ich mich entschlossen habe, ein bisschen Geld zu sparen. Ja. Ja, Playstation ist viel geiler. Ja, ist ja okay. Ihr könnt ja spielen, was ihr wollt. Kommt ja demnächst die Playstation Pro raus. Die ist schon raus. Die ist schon raus? Ja. Xbox Scorpio. Äh, das war falsch. Nein. Doch. Gar nicht wahr. Meister kommt daneben. Ach so, ne. War richtig. Okay, war richtig. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Man hat hier zu kämpfen. Ich muss mal ne Gewerkschaft drinnen, glaube ich. Ja, die Lego-Gewerkschaft, genau. Die LG Oak. So, die Reifen darfst du wieder dran machen. Ne, die hab ich letztens drinnen. Letztes Mal warst du, genau. Vor drei Wochen oder so. Alles klar. Ja, kann doch sein. Wir wissen es nicht genau. Das kommt mir so instabil vor, da vorne. Ja, mir auch. Was soll so? Ach, was soll so? Das war's glaube ich schon. Das war's auch schon. Ja, du kannst du auf den Ständer setzen. Das ist schon wieder so viel über. Guck mal. Ja gut, du kennst ja Lego immer lieber zu viel oder zu wenig. Das finde ich auch noch mal gut. So. Hab ich auch so ne Kommissionierung. Ja, der ist cool. Bestimmt. Ja. Recht süß, was ich denke. Genau, ganz am Einsatz. Und wieder mal faszinierend darin. Da gibt's ja diese Folge von den Simpsons, wo Mr. Burns ein Casino hat. Und dann sagt er, oh, ich vermisse mein Casino. Und dann sagt er, ja, äh, nicht Casino, ich vermisse mein Kraftwerk. Und dann sagt er, ja. Ja, genau, das kann ich die Folge gar nicht, ja. Und dann, ach, wir steigen jetzt hier in den Flieger und fliegen rüber. Und dann wäre er so, oh, Professor. Und dann Pistole an den Kopf, einsteigen. Da hab ich gesagt, ja, steig mal ein. Wobei die größten Verhältnisse da noch schlimmer waren. Ein Mr. Smithers in ein Modellflugzeug zu kriegen, ist schon nicht ganz so einfach. So ist es. Ich weiß bis heute nicht, wie diese, ähm, Situation gelöst wurde. Ob Mr. Smithers einfach eingestiegen ist, mit dem Fuß drauf, dann wär's kaputt gewesen. Das ging schnell. Aber hat sich gelohnt, sieht hübsch aus. Auf jeden Fall. Und gehört schließlich zum Set. So ist es. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.